Das Fast-Forward-Science-Thema für die Super-Fast-Challenge steht fest und es lautet Heroes. Mir sind auf einen Schlag ziemlich viele Helden in der Wissenschaft eingefallen. Denken wir nur mal an Albert Einstein, der mit seiner Relativitätstheorie den physikalischen Durchbruch geschafft hat, oder an Alexander Fleming, der mit der Entdeckung des Penicillins Millionen von Menschenleben gerettet hat, auch heute noch. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, welchen dieser wissenschaftlichen Superhelden ich euch vorstellen soll, desto weniger konnte ich mich für einen entscheiden, denn sie hätten das irgendwie alle verdient. Und dann habe ich einen Schritt weiter gedacht, denn steckt nicht in jedem von uns irgendwie ein kleiner Superheld und könnte es wissenschaftlich gesehen eigentlich tatsächlich möglich sein, einem Menschen so richtige Superkräfte zu verleihen, also quasi eine Art Captain America oder Hulk im Labor herzustellen, oder ist das nur eine bloße Hollywood-Fantasie? Die grundlegenden Prinzipien dieser Superheld Superheldentransformationen sind heutzutage gar nicht mehr so undenkbar wie noch vor 80 Jahren. Der Molekularbiologe Sebastian Alvarado von der Stanford University sagt sogar, dass es prinzipiell möglich wäre, bestimmte Körperfunktionen, wie also zum Beispiel mehr Muskelmasse oder gesteigerte Ausdauer, höhere Schnelligkeit usw. zu programmieren. Wenn auch nicht auf Knopfdruck, aber zumindest in Tierversuchen, scheint das schon annähernd möglich zu sein. Dazu benötigt die Medizin die Epigenetik. Das ist noch ein relativ junges Fachgebiet der Biologie, die sich nicht mit den Genen selber direkt beschäftigt, sondern eher damit, wie man sie steuern kann. Selbst wenn zwei Lebewesen komplett genetisch identisch sind, also eineige Zwillinge, können sie trotzdem unterschiedliche Zellen haben. Das kann man sich dadurch erklären, dass nicht in allen Zellen dieselben Gene ständig aktiv sind. Gene sind quasi nur die Hardware unserer Zellen. Aber was sie wirklich voneinander unterscheidet, ist die Software. Gene können nämlich unterschiedlich an- und wiederabgeschaltet werden, wie mit einem Lichtschalter. Und das geschieht über chemische Anhängsel an der DNA, zum Beispiel über sogenannte Methylgruppen. Forscher können im Labor künstlich diese Lichtschalter herstellen, um bestimmte Gene an- oder abzuschalten und damit auch bestimmte Körperfunktionen, wie eben zum Beispiel das Muskelwachstum, zu beeinflussen. Zumindest bei Tieren. Wie man das Ganze ethisch bewertet und ob es überhaupt sinnvoll ist, Menschen in dieser Art und Weise immer weiter zu optimieren, ist natürlich eine ganz andere Frage. Außer Frage steht, dass diese Technologie immer weiter voranschreitet. Also vielleicht ist das Beste, was wir tun können, zumindest zu versuchen, diese Möglichkeiten, die sich da eröffnen, sinnvoll zu nutzen. Man kann diese Techniken zum Beispiel auch in der Medizin zur Heilung von bestimmten Krankheiten einsetzen. Wir sollten uns auf jeden Fall im Vorfeld schon Gedanken darüber machen, wie wir mit solchen Technologien umgehen wollen. Und auch, ob wir den Menschen tatsächlich immer weiter verbessern wollen. Wir sollten aufmerksam sein und wir müssen darüber reden. Die Wissenschaftler, die Gesellschaft, aber auch du und ich. Letztlich bilden aber auch die Epigenetik-Forscher eine Art geheime Superhelden-Liga à la Avengers. Und sie stehen ja quasi relativ unsichtbar in ihrem Labor eigentlich, sorgen aber durch das An- und Ausknipsen von Genen dafür, dass wir in Zukunft möglicherweise sehr viele Krankheiten heilen können oder auch ein längeres, fitteres, vielleicht glücklicheres Leben führen können. Somit steckt also in jedem von uns ein potenzieller kleiner Superheld. Wir müssen nur den richtigen Schalter finden. Wir müssen noch ein Weg finden. Vielen Dank.